Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier bei Die Sims 3 bei Christoph Hope. Ja, er wurde in der letzten Folge gleich mal ausgeraubt, was eigentlich ziemlich bescheiden ist. Mit Gloria plaudern, du sollst nicht plaudern. Bevor du jetzt zur Arbeit fährst, machst du bitte, wir machen noch eine andere Frisur, du kannst so nicht zur Arbeit gehen. Das tut mir leid, aber das geht einfach nicht. Das ist einfach ein No-Go. So, 5000 Simoleons haben wir nur noch. Komm schon, hier Gartenarbeit, wir müssen dann auch noch die Fahrergemeinschaft hätten, einer Stunde. Aha. Was bist denn du für ein ekelhafter Kerl? Zerklattest du eine Fliege und dann frisst er die auch noch. Okay, welche Frisur wollen wir denn generell haben? Er ist jetzt ein bisschen älter geworden. Es soll immer noch ein bisschen schleimig ausschauen, das auf alle Fälle. Aber keine Langhaarfrisur, das auf keinen Fall. Hm, welche Frisur hatte ich denn vorher eigentlich? Irgendeine gestylte Frisur muss es auf alle Fälle sein, die aber zusammen Alter auch schon ein bisschen passt. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was hatte er denn? Äh, was passt denn hierzu? Keine Ahnung, was das so dazu passt. Nee, das schaut so, ding, das ist, es muss eine Frisur sein, die wirklich, was ist das denn? Wir nehmen die hier. Wir nehmen die jetzt für alle. Momentan wird diese Frisur für alle Outfits verwendet, sehr schön. Aha, das brauchte mal ein bisschen. Alter, wir müssen unbedingt den Kleidungsstil auch noch ändern. Aber jetzt soll er erstmal arbeiten gehen. Genau, weil den Arbeitskleidungsstil haben wir eh schon geändert ein bisschen. Das schaut schon ein bisschen professioneller aus. Ähm, ja. Ist halt kacke, dass er ausgeraubt wurde. So, hart arbeiten. Alter, du bist so müde. So, in Rendezvous ist er eingeschrieben. Das haben wir in der letzten Folge gemacht. Wir haben hier eine Taube. Nee, ich will sie nicht freilassen. Taube freilassen. Nö, nö. So, wir müssen dann... Alter, Gloria ist wieder mit Ben zusammen. Ich glaube, es hackt. Ben, das ist deine Ex-Frau. Ich will ja nichts sagen, aber das ist deine Ex-Frau. So, wegen seiner unbeliebten Natur haben sich die Freunde Ben Hope und Louis Hope immer mehr auseinandergelebt. Junge Liebe. Oh, nein. Alexandra. Nein. Private Feldarbeit. Das wissenschaftliche Institut hat nicht genug Geld, um dein aktuelles Projekt zu finanzieren, aber du musst schließlich deine Arbeit abschließen. Die Wissenschaft richtet sich nicht nach Budgets. Führe deine Forschungen zu Hause auf deinem eigenen Computer durch und gehe dann mit den Ergebnissen zur Arbeit, um deine Jobleistung zu erhöhen. Sehr schön, das machen wir natürlich irgendwann mal. Das machen wir irgendwann mal. So. Jeremy Rehntier und Shannon Victor. Was gibt den Familiennamen der Eltern des neuen Einwanderers ein? Jeremy Rehntier, Victor, Victor. Okay, das habe ich jetzt. Rehntor. Victier. Victor. Wir nehmen Victor. So, äh, du bist natürlich total müde. Das ist eigentlich ein bisschen kacke. Who's that? Ist das, ist das Donner? Nee, oder? Okay, das Spiel kackt gerade ab. Junge Liebe, kommentierte ein Zuschauer, an denen Alexandra Kingsman und Anita Hope vorbeiständerten. Ich erinnere mich noch gut an das Gefühl, als die Verliebtheit noch frisch war. Ah, ähm, ich verstehe gerade nicht so ganz, warum Ben den gleichen Fehler, äh, nein, andersrum, warum Anita den gleichen Fehler jetzt begeht wie Ben, wie ihr Bruder. Wieso kommen die mit den Ex-Partnern zusammen? Was geht denn jetzt ab? Was gibt den Familiennamen der Eltern des neuen Einwanderers? Loretta Dobertin Alter, was habe ich da eingestellt? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, warum Bianca? Julius kommt zur spätsel Schule. Was soll man daran nicht mögen? Ich verkaufe Waren. Ich versuche meine eigene Lebenserfahrung in meine Arbeit einfließen zu lassen, bemerkte Gloria Hope, als sie zwischen zwei Kapiteln. Okay. Hoppala. Mit dem Segen des Staatsrats hat Glenn Victor ein Grundstück erstanden und ist in die Stadt gezogen. Toll. Die beiden sind ein hübsches Paar, das ist toll. Warte mal, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin bei der Arbeit. Vielleicht sollte ich dann Gloria mal einladen zu mir, ha? Du gehst wohl hoffentlich jetzt nach Hause. Oh, wer bist du denn? Warte, 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 stopp, 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 stopp. Wer bist du? Mendoza. Forschen. Du hast nicht alle erforderlichen Schritte, um diese Gelegenheit abzuschließen. Freundschaftlich begrüßen. Komm schon, das geht noch. Aha, sie bleibt stehen. Sehr schön. Na, die schaut doch aus, als könnte man die vernaschen, oder? Romantisch, Anmachspruch, flirten. Mal gucken, ob das gleich mal hinhaut. Ah, warte, 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 warte. Nein, 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 nein. Okay, freundlich, dann lassen wir das beißt was an. Einschlagen, fragen, ob es Single ist. Geheimnis, Geister, Geschichte, Kennenlernen, nach Karriere fragen. Nach Schulhymne fragen, nach Sternzeichen fragen, nach alles, nach allem. Irgendwie gefällt mir die. Wahnsinnig, wirkoholik, nach Karriere fragen, über Arbeit, wahnsinnig, wahnsinnig streiten. Alter, ich glaube, ich spinne. Die Liebe zwischen Alexandra und Anita ist erwacht. Echt jetzt? In Rente. Die kann auch nicht in Rente sein, echt jetzt? Ähm, warte mal, wir könnten doch eigentlich... Ähm... Gemein, lustig, romantisch, geht's im Veranstaltungsort mit? Ähm... Kann ich nicht sagen, hier Gruppe gründen, geht das nicht? Gemein, lustig, Video... Ah, okay. Hallo, ich würde dich gern... Aha, hitziger Streit, also das ist irgendwie... Über Arbeit diskutieren, Kurt Kate. Wieso kann ich da keine Dinge machen? Na? Die Feier von Aurora ist ganz gut verlaufen. Die Gäste sind froh, dass sie dabei waren, okay. Ah, genau, Aurora habe ich auch noch. Christoph hat erfahren, dass Valerie schulische Laufbahn Kunstschule gemacht hat, okay. Valerie ist Single, das ist auch... Ne, eigentlich ist mir das egal, oder? Da, Alexandra, hitziger Streit, okay. Schütze ist, okay, warte mal. Geh mal nach Hause, bitte. Und dann werden wir Gloria gleich mal einladen. Who are you? Noch mehr obszöne Geschichten. Alter, wie viele Red Hats laufen hier rum? Und Glenn, Victor, okay. Du bist voll mies drauf. Macht aber nichts, denn wir rufen dann gleich mal hier Gloria an. Textnachricht schicken. Nach Hause einladen. Snack essen, Müsli. Ja, ich weiß, wir mal Glückwunsch, Olivia. Okay. Ja, aber wir haben hier schon mal ein bisschen was verbessert. Anita. Also du hast dein Ding-Outfit an, ne? Klar, ich komme gleich rüber, sehr schön. Anita. Äh, nein, nicht Anita. Gloria. 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 Oh, Bianca hat für Wirklichkeit Athletik Level 9 erreicht. Sehr schön. Veranstaltung sinnvoll, der unheil verkündete Vollmond. Beginnt seinen geheimnisvollen Aufstieg. Ausflippen. Müsli essen, bitte. Mal gucken, wann Gloria eigentlich herkommt. Das ist so mies. Ist sie das? Nein, das ist sie nicht. Kommt sie da jetzt? Nein. Alter, hier fahren voll viele Taxis vorbei. Sicher schon das vierte Taxi jetzt oder so. Ich habe nicht genau gezählt. Aber, ähm, das auch nicht. Gloria. Gloria. Warte mal, wie geht's denn Rosalie? Rosalie? Ist die nicht da? Warte mal aufräumen. Jetzt kommt sie sicher. Hier kann ich ein machen. Doch nicht. Okay, ich bin so froh, dass ich mir einen Laptop gekauft habe. Echt jetzt? Ähm, mit jemandem chatten. Von zu Hause aus arbeiten. Mehr forschen. Registriere dich als professionell. Alter, geh jetzt erstmal ein Nickerchen machen. Wieso kommt Dinge eigentlich nicht? Automatisch einschalten, Adderdichter. Weißt du, Gloria sagt groß, ja, ich komme gleich. Aber dann kommt sie gar nicht. Ah, jetzt ist sie da. So, forschen. Baby machen. Wasch begrüßen, begrüßen. Komm schon. Gloria, wir sind nicht miteinander verwandt. Ich weiß, dass du mit meinem Bruder schon wieder zusammen bist, aber um Umwandlung bitten. Mondsüchtig umarmen. Wie geil ist das denn? Komm schon. Mondsüchtig umarmen. Komplimente über Aussehen machen. Was? Okay, warte mal. Lass uns mal hier reingehen, bitte. Komm schon. Komm, 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 komm. Blumen bekommen. Was? Von ihr bekomme ich jetzt Blumen? Weiße Blumen. Schau, und er freut sich sogar drüber. Wie geil ist das denn? So, warte mal hier. Gruppe verlassen. Mondsüchtig. Was? Thronenschwäche. Alter, freundlich. Warte mal, entschuldigen. Einschlagen beißt das Attraktivität gegenüber. Komm schon, wir müssen doch hier ein bisschen besser uns vertragen, oder? Ich meine, ich habe hier eine Durststrecke schon seit längerem. Was will er da jetzt? Vampir treffen. Komplimente über Aussehen machen. Warte mal, entspannen. Warte mal, entspannen. Komplimente über Charakter. Christoph verhält sich peinlich. Alter, es gibt nichts Besseres als Schweißgeruch am Morgen. Okay. Meine Lieblingsfarbe ist grau. Er findet sie einfach nur atemberaubend. Okay, und sie weiß absolut nicht, was sie hier machen soll. Okay, bitten zu gehen, um Umwandlung, risikoreiches Zechtelmechtel. Mondsüchtig umarmen, lass das mal bitte. Mondsüchtig schlagen, echt jetzt? Das geht auch. Ich glaube, wenn der Vollmond da ist, sollte ich das gemein einschlagen. Mondsüchtig schlagen, verängstigen. Vorwerfen, für böse zu sein. Vorwerfen, ein Vampir zu sein. Vorwerfen, eine Diva zu sein. Andeuten, Mutter sei ein Kupatrap, beleidigen, streiten, Alter. Ach, das geht jetzt auf einmal. Robin ist ein Kleinkind geworden. Oh. Du hast Probleme und ich habe keine Lust, deinen Frust abzubekommen. Eigentlich wollte ich dich nur flachlegen. Das habe ich ja jetzt geschafft. Das finde ich super. Dann kann ich jetzt in Ruhe schlafen. Du bist ja wohl hoffentlich nicht schwanger geworden jetzt, oder? Nach Karrierefragen. Ne, passt. Hat es sein erstes Zechtelmechtel mit Gloria. Warte mal, rangehen. Mal gucken, wer da dran ist. Das wäre nämlich interessant zu wissen jetzt. Alter, wie lange der braucht. Ah, okay. Ja gut, dann schlaf jetzt einfach mal weiter hier schlafen. Aufwecken, dazwischenrufen. Okay, ne, sie ist nicht. Sie ist nicht schwanger. Okay, sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt eingestellt habe, dass das, aber normalerweise müsste es so sein. Weil sonst hätte ich ja jetzt kein risikoreiches Zechtelmechtel machen können. Dass Vampire schwanger werden können. Was ist jetzt? Ausflippen. Alter! Schlaf endlich. Gott, ist der anstrengend. Das ist ein anstrengender Sinn. Das ist ja echt grauenhaft. So, und du bist jetzt ausgeschlafen, oder? Geh einfach nach Hause. Geh zu Ben. Okay, sie ist so fair. Oh, okay. Okay, sie liest sogar. Alter! Schlaf doch endlich! Hallo! Warte mal, muss ich heute arbeiten? Ich muss arbeiten, gell? Habe ich eigentlich Urlaubstage? Ich habe keine Ahnung. Hier, entspannen. Tagträumen. Schlafen. Geh schlafen, bitte. Tu mir den Gefallen. Alter, was hast du an? Wieso gehst du mit dem schlafen? Alter! Du machst mich gerade voll fertig. Weißt du, ich will dich eigentlich von Anita und Alexandra wurden Arm in Arm in der Stadt gesehen. Paul Leitninger, August Wolfgang Fluth. Prahleitninger. Prahleitninger. Leidinger. Leidinger. Diener Katze und streunende Katze. Diener, Diener. Kann man das irgendwie... Schlafen? Wieso flippt er aus? Wahnsinn, wegen Vollmond. Alter! Reginald, Victor und Kenwin da haben beschlossen, in ein neues Haus das Sim... Was? Simmersetloft. Aus irgendeiner Adresse einzuziehen. Aha. Mit dem Segen des Stadtrates. Also die Stadt... Oh, was geht jetzt? Ich liebe es, die neuen Turtelschäubchen Julius und Catherine. Oh, nein! Oh Gott, Catherine und Julius. Welch Schande. Sie haben sich wieder getrennt. Okay. Okay, so geht es natürlich auch. So, wann musst du arbeiten? Um neun. So, du musst jetzt... Hier mal schleunigst aufstehen. Hör auf damit. Bitten zu gehen. Bett machen. Oh Gott. So, benutzen. Duschen. Müsli essen. Bett machen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles überhaupt noch schaffe. Wahrscheinlich nicht. So, tschüss. Gloria. Baba. Es sind zwei Stunden. Es sind circa zwei Stunden. Muss ich schon wieder bei der Arbeit sein. Und ich habe eigentlich... Gloria muss bald gehen. Sie hat noch andere Verpflichtungen. Ich habe sie doch eh gerade nach Hause geschickt. Was wollt ihr denn bitte? So, Haarndrang. Dann duschen. Er ist dann hungrig. So, mach mal hinne. Christoph Fahrgemeinschaft fährt in etwa einer Stunde. Ich komme da, glaube ich, hinten und vorne gar nicht mehr zurecht. Vor allem, warte mal, hier. Unterbrochenes Rendezvous. Nee, nee. Registriere dich als Professionell. Das machen wir vorher noch. Und dann vor... Warte mal. Bianca und Tatiana erzählen überglücklich von ihr und bevorstehen... Bianca ist wieder schwanger. Echt jetzt? Ich hatte sie... Ja, einmal hatte ich sie unterbrochen. Das hat mir nämlich voll leid getan irgendwie. Begrüßen. Pregnant. Ja. Sie ist wieder schwanger. Bianca kriegt noch ein Kind. Und Yulis ist gerade ziemlich tollpatschig. Nein, warte mal. Doch, so sieht Donner aus. Donner Pferd. Kann ich Donner nicht irgendwie umbenennen? Lulu Hope hat gerade Eisen ausgegraben. Gutes Mädchen. Haushalt, Gehe zu. Einstellungen. Befehle. Sim. Profifunktionen. Fähigkeiten. Warte mal. Namen ändern. Schwangerschaft. Sim zurücksetzen. Eigentlich... Wo ist denn das drin? Fortgeschrittene Funktionen. Das Alter eingeben. Grundfunktionen. Finde Grabstein. Namenloggen. Ist es das? Warte. Namenloggen. Nee, das war es nicht. Okay. Dann halt nicht. So, äh, schaffst du das noch irgendwie? Ohne zu sterben dran oder so? Ja, komm, lass mich in Ruhe. Christoph, du bist immer ziemlich spät dran. Das muss ich dir schon lassen. Oh, Bianca ist wieder schwanger. Das ist so toll. Ich glaube, ich werde das aber auch beibehalten, dass ich die Sims hier so ein bisschen ihren Ding machen lasse. Weil, weil ich könnte ja dann sagen, ja, Julius ist ja mit Catherine zusammen und sie ziehen dann zusammen und so und so Sachen. Und dann ist das Zimmer wieder frei fürs neue Kind und so. Mal gucken. Was? Oh. Ist es zu spät zur Arbeit? Oh, nein! Verdammt. Habe ich mich da jetzt als professionell eigentlich eingekragen oder nicht? Warte. Wuhu zurück zum Amateurstatus. Zufälliges Internet-Wuhu. Forschen. Alter, das dauert Ewigkeiten. Ich muss zur Arbeit. Arbeiten. Hart arbeiten. Mit anderen Dingen fachsimpeln. Vielleicht kennen wir dann noch ein paar, lernen wir dann noch ein paar Mädels kennen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich werde hier einen Cut machen. Wir sehen uns dann natürlich wieder in einer neuen Folge. Und ja, dann werde ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Ob ich jetzt nächste Woche nochmal bei Christoph bin oder ob ich wieder zurück bei Bianca bin, weil es da ja Julius schon gibt und das eigentlich den Verlauf der Geschichte eigentlich viel eher zeigt und so weiter und so fort und bla bla bla. Mal gucken. Ihr könnt natürlich gerne einen Kommentar abgeben dazu, wie ihr euch das wünschen würdet. Ihr könnt natürlich auch sein lassen. Oder ja, wie auch immer. Ja, ich habe Ben Hope gefragt, ob er mich heiraten möchte. Erstaunlicherweise sagt er, ja, Aklau... Oh, nein. Nein, jetzt sind die wieder verheiratet. Echt jetzt? Die Medizin braucht gute Forscher. Job behalten. Okay. Ist sie jetzt dann auch zu ihm gezogen? Aber das muss ich jetzt noch nachgucken. Warte mal, wo sind die denn zu Hause? Ah, ich kenne mich hier nicht aus. Bum, bum, bum. Da. Tja, hier wohnt jetzt Hope Haushalt. Sie sind verheiratet, aber leben nicht zusammen, oder was? Ja, wurscht, okay. Wir werden es schon noch irgendwann herausfinden. So, wie gesagt, ich werde mich jetzt hier verabschieden. Wir sehen uns natürlich in einer neuen Folge wieder. Und bis dahin sage ich erst mal, ciao, ciao.